Amelie ist weg. Sie ist nicht nach Hause gekommen. Du hast dir nichts vollzuwerfen, Jonas. Wir finden, Amelie. Ich hab mal gelesen, dass eine eigene Zwillinge den anderen Zwilling spüren. So eine Art Telepathie. Die meisten Menschen konnten sie nie unterscheiden. In der Bar, da bin ich umgekippt. 047, da hat sich ihr Handy ausgelockt. Wahrscheinlich hat sie genau in dem Moment meine Hilfe gebracht. Du hast das mit ihr gemacht.